Warte, ich will euch was zeigen, Chat. Ich war ja auch in den Köln und da habe ich ja viele Zuschauer getroffen, okay? Ich habe einen Zuschauer getroffen, der oft im Stream ist, Chat. Und ich habe einen geschenkt bekommen, Chat. Und ein Disrespect, ne? Ich habe... Ich habe einen Sticker bekommen. Personalisierte Sticker, Chat. Warte. Guckt euch an, was hier draufsteht, Chat. Ich werde ja immer beleidigt von ihm, dass ich so kurz streame und nie lang streame. Folgt mir auf Twitch für maximal 4 Stunden Streams. Wie respektlos ist das? Als wäre 4 Stunden wenig! Er trieb mir das so in die Hand. Hier, mehrere davon. Ich wurde auch nie in meinem Leben so disrespected, ne? Ich wurde auch nie in meinem Leben so disrespected. Also, ich höre Geschenk. Geschenk ist doch eigentlich was Schönes, oder? Es geschenkt nicht was Schönes, was dich freut? Ich werde einfach beleidigt. Kleben? Bro, kann ich die eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich die abmachen kann. Kann man die abmachen und kleben? Ich glaube nicht. Ach, doch! Wartet. Oh, ich habe so eine scheiß Feinmotor. Ne, ich kriege sowas gar nicht hin. So, wohin damit, Chat? Wo soll das hin? Nein, nicht auf meinem Kopf. Irgendwo in meinem Zimmer, Chat. Irgendwo in meinem Zimmer. Nicht stören! Passt hier nicht schön. Ich habe keinen Platz. Über den LEDs. Da oben hin! Ich hasse euch alle so sehr. Warum klebe ich das immer auf meine Wand? Ich mache das nur so einen Grund für die Mühe. Boah, sehr ehrlich. Du genießt aber auch die Front, oder? Warum sollte ich die Front genießen? Imagine, einer sagt zu dir, dass du groß die stören. Haha. Oder einer schreibt zu dir, Bro, du bist Clipper. Oder soll ich das genießen? Bistf. 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 Bistf.